Noch ein weiteres Digitalisierungsbeispiel und zwar kann man mit der DHL App von der Deutschen Post ganz einfach inzwischen auch Briefe bzw. Briefmarken hier erzeugen und dann quasi muss man nicht mal mehr eine Briefmarke aufkleben, wenn man einen Brief versenden möchte, sondern man bekommt so einen Postcode und diesen Briefmarkencode kann man quasi dann hier oben an den Brief hinschreiben und dann kann man so auch inzwischen Briefe versenden. Das heißt, man braucht ja keine Briefmarke mehr. Damit spart man sich in Anführungszeichen den Weg zum Nachschub kaufen bei so Briefmarkenshops und hat quasi keinen Stress mehr. Wobei natürlich das optimale Digitalisierungsbeispiel wäre eigentlich die E-Mail. Also wenn ich E-Mail versende oder eine E-Mail versende oder digital etwas versende, braucht man gar keinen physischen Kontext mehr bzw. kann man auch alles direkt digital machen. Grundsätzlich, aber um das sollte es jetzt in diesem Video nicht gehen. Ich wollte nur mal erklären, dass es jetzt heutzutage hier digital möglich ist, eine Briefmarke quasi zu versenden bzw. eine Briefmarke zu kaufen und dann eben hier aufzuschreiben. Und das gleiche geht quasi auch über eine Art QR-Code für Pakete. Genauso in dieser DHL-App hier. Also man kann hier auch Pakete quasi hier diese Frankierung online schon wählen. Und dann bekommt man hier einen QR-Code. Mit dem geht man zum DHL-Shop und kann dann über diesen QR-Code einfach schon das Paket aufgeben. Und man muss auch nichts mehr an Absender und Adressinformationen quasi draufschreiben, sondern der Paketshop druckt einem das dann aus. Und dann braucht man auch gar keinen Drucker mehr für solche Dinge. Das heißt, hier sind sozusagen ein größeres Digitalisierungsbeispiel am Paketversand bzw. Briefversand. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne unten in die Kommentare und sonst vielleicht probiert ihr das ja auch mal aus. Es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht sehr, sehr cool. Ciao, ciao.